Ich heiße eigentlich, ich bin der Manuel. Ich bin im zweiten Lehrjahr bei INNIO im Wochenende als IT-Techniker. Ich bin zuständig für die Netzwerktechnik, für die Telekommunikation und für die Instandhaltung von Reglern und Servern bei INNIO im ganzen Welt. Ich habe mich für den Lehrberuf entschieden, weil ich sehr begeistert vom Computer bin, verkabeln tue ich gern und das Programmieren taugt mir voll. Bei INNIO wird Hilfsbereitschaft und Zusammenarbeit großgeschrieben und somit macht Arbeiten Spaß. Besonders gefällt mir die Gleitzeit für die Lehrlinge und unsere gemeinsamen Ausflüge. Wir haben damals die Schnuppertage schon überzeugt und ich bin stolz, dass ich ein Teil von dem Team bin. Musik 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 Musik